Ich kenne ihn seitdem ich glaube ich zwölf bin, waren wir Kinder und da haben wir genau das gleiche gemacht. Im Endeffekt, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich ihm das und das gleiche andersrum auch. Ich glaube, das hat ihn natürlich ein bisschen gekratzt und hat ihn genervt, hat dann aber alles gegeben auf dem Feld und das hat uns natürlich zum Sieg verholfen. Manchmal musst du strategisch vorgehen und ich muss ihn da so ein bisschen ärgern. Es hat funktioniert.